Wo ist die Hoffnung hin? Ich kann mich gut daran erinnern, dass auch früher nicht alles perfekt war. Meine Kindheit und Jugend beinhalteten auch Anschläge und Krisen und politische Kämpfe. Aber trotzdem war da die Überzeugung, dass es besser werden würde. Nicht heute, nicht morgen, aber nächstes Jahr. Das nächste Jahr wird besser aussehen als das jetzige. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und genau das fühle ich heute nicht mehr. Und wenn du jemand bist, der jetzt spürt, dass ich da was anspreche, was du nicht hören willst, dann klicke auf ein anderes Video. Ich habe positivere Themen behandelt. Nur eines mag ich halt besonders. Und zwar, wenn ihr mir schreibt, dass ich ein Gefühl eingefangen habe, das ihr kennt, aber noch nicht so richtig benennen konntet. Oder ein Gefühl, über das sonst keiner in eurem Leben so richtig sprechen möchte. Also gucken wir doch mal, woher das Gefühl kommt, dass wir im Zeitalter der Hoffnungslosigkeit leben. Ich möchte eigentlich nicht direkt mit einem Gefühl anfangen, sondern damit, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Nachrichtenmeldungen tatsächlich ein sehr uneindeutiges Bild abgeben. Der Verlust der Biodiversität gilt als große Krise der Zukunft und immer neue Umweltprojekte setzen sich für den Artenschutz ein. Viele Menschen berichten von psychischem Stress und immer mehr Menschen können sich auf verschiedene Arten Hilfe suchen. Neue und alte Krankheiten bedrohen unsere Gesundheit und es gibt ständig neue Behandlungsmethoden. Ich finde, dass dieses Bild repräsentativ für meine Erfahrungen der Vergangenheit ist. So erwartet man es. Viele kleine Dinge werden besser und besser. Es gibt Rückschläge, aber die Richtung stimmt. Nur wird eben zuletzt nicht mehr das große Ganze besser. Da sind dann eben Zahlen und Voraussagen zum Korallensterben, zur Bereitschaft, Kinder in die Welt zu setzen und zur Klimamigration verdammt wichtig. Oder auch zum Bildungsniveau und der Schere zwischen Arm und Reich. Hinzu kommt noch die Frage, ob wir überhaupt das Gefühl haben, dass Lösungen für die großen Probleme der Neuzeit verfügbar sind. Beziehungsweise ob diese Lösungen von den Entscheidungsträgern aktuell verfolgt werden. Gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass weniger und weniger Menschen an eine starke gemeinsame Zukunft glauben. Oder daran, dass die großen Krisen der Gegenwart und Zukunft von Politikern und der Gesellschaft bewältigt werden können. Ich könnte jetzt unzählige Dinge aufzählen, die uns zerstören. Das würde einige Zuschauer bestimmt freuen. Haha, ja, sag ich ja, genau das ist das Problem. TikTok ist schuld, Barack Obama ist schuld, mein Nachbar ist schuld, Inflation ist schuld, Juan Benat ist schuld, Windrede sind schuld, Taylor Swift ist schuld. So einfach ist es nicht. Ich wäre mit Sicherheit ein viel entspannterer und glücklicherer Mensch, wenn ich ganz fest daran glauben könnte, dass ich erkannt habe, wer der eine Bösewicht in unserer Geschichte ist. Ich nenne einen speziellen Politiker Voldemort und wenn der weg ist, ist alles wieder gut. Ich entferne Facebook aus dem Internet und dann ist alles wieder gut. Wenn ich nur endlich eine große Mauer baue, ist alles wieder gut. Die Welt ist komplexer und komplizierter als jemals zuvor und wir leben in einer Polykrise. Alles passiert gleichzeitig und bedingt sich gegenseitig. Und unsere lächerlichen Überzeugungen dazu, nur eine Minikrise überwinden zu müssen, um dann wieder wie ein junges Reh über ein Feld hüpfen und in einer perfekten Welt leben zu können, die nehme ich weniger und weniger ernst. Und nein, das heißt nicht, dass wir nicht an den vermeintlich kleinen Problemen arbeiten sollten. Bitte setzt euch weiter für das ein, woran ihr glaubt. Auch das ist ein Weg, Veränderungen anzustoßen. Aber machen wir uns doch nicht vor, dass das gesamte System eigentlich voll in Ordnung ist. Wir müssen nur mal wieder ein paar Stellschrauben festziehen. Vor allem müssen wir mal etwas Vernunft walten lassen. Die Wut auf die gesamte kaputte Welt zu nehmen und sie an einzelnen Gruppen oder Ideen oder Menschen auszulassen, ist weder fair noch zielführend. Es ist nur leichter, als zuzugeben, dass gerade grundsätzlich etwas falsch läuft, etwas, was auch nicht über Nacht repariert werden kann. Wir könnten alles haben. Ich glaube, das ist es, was mich persönlich so fertig macht an den Tagen, an denen ich mich ein bisschen zu sehr in der Beobachtung der Welt verliere. Technischer und wirtschaftlicher Fortschritt sollten es uns mal ermöglichen, nur noch wenig zu arbeiten und viel Zeit für Gemeinschaft und Kunst und körperliche Gesundheit zu haben. Vorurteile gegenüber Minderheiten wurden mal Schritt für Schritt aufgeklärt und galten fast als überwunden. Wissenschaft sollte es uns ermöglichen, bis ins hohe Alter zu leben, und zwar gut zu leben und uns auch darüber zu freuen. Und das alles könnten wir haben. Und noch mehr. Wir sind längst an dem Punkt, an dem wir so unfassbar viel richtig gemacht haben, dass Zufriedenheit und Glück für extrem viele Menschen Teil des Alltags sein müssten. Aber wir gehen einfach nicht die richtigen Schritte. Es gibt so ein paar Dinge, die uns fast allen gut tun. Zeit in der Natur, genug Schlaf, genug Bewegung, genug Grünzeug futtern, kreativ zu sein, umarmt zu werden, keine Existenzängste zu spüren, Hoffnung zu haben. Wo sind die Bewegungen, die daran glauben, dass es uns allen besser gehen könnte? Die gibt es nur auf den beiden niedrigsten Stufen, also für das Individuum oder für kleinere Gruppen. Manch einer steigt aus der Gesellschaft aus, manch anderer lebt minimalistisch und genügsam, und wieder andere machen körperliche und mentale Gesundheit einfach zur Priorität. Alternative Lebensentwürfe bekommen mal eine geile Arte-Doku, aber das war's dann auch wieder. Ansonsten messen und vergleichen wir uns heute doch daran, ob jemand ein zweites Auto vor der Tür stehen hat. Wie schnell er sich das iPhone, keine Ahnung, 23 oder so leisten kann. An der Anzahl der Follower, an der Größe der Versprechungen, am Aussehen. Ich finde es einfach so furchtbar, dass wir nicht mit einer inneren Zufriedenheit und Selbstbetrachtung beginnen und uns dann herausarbeiten. Die Grundlagen unserer Gesundheit müssten doch das Fundament sein. Wir müssten doch alle schauen, was uns gut tut und was nicht. Und ja, dann kann man auch das zweite Auto haben wollen und auf dem neuesten technischen Stand sein wollen oder sich auf sein Aussehen etwas einbilden. Das verschwindet nicht. Nur soll es eben nicht das zentrale Thema des Lebens sein. Das Potenzial für Zufriedenheit und Gesundheit haben fast alle. Nur wenige haben aufgrund bestimmter Erkrankungen vielleicht Hürden, die all das eben nicht umsetzbar machen. Ansonsten leben wir eigentlich im Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber kaum jemand glaubt daran, dass es morgen besser aussehen wird als heute. Ich verstehe ganz ehrlich, warum darüber kaum jemand reden will. Obwohl, stimmt ja auch nicht so richtig. Über den Gesamtzustand reden relativ wenig Menschen, weil es eben ziemlich bedrückend sein kann. Die Symptome des Ganzen sehen natürlich ganz verschieden aus. Einige schießen sich darauf ein, dass Social Media an allem schuld ist. Oder die Ausländer oder die Politiker. Außer natürlich die, die man selber wählt. Ach nee, all das wäre ja gelöst, wenn die Frauen sich mal zusammenreißen würden in unserer Gesellschaft. Oder halt die Männer. Insgeheim ist wahrscheinlich Disney schuld, weil manchmal Charaktere vorkommen in ihren Filmen und Serien, die nicht weiß genug sind. Dieses Festbeißen an einzelnen Problemen, die vielleicht wirklich Teil der Gesamtsituation sind oder eben auch nicht, ist in etwa so, als würde man einen Supermarktmitarbeiter anbrüllen, weil die Preise gestiegen sind. Der Mitarbeiter hat das nicht zu verantworten. Und nicht nur das, er ist genauso von der Preiserhöhung betroffen wie alle anderen. Er steckt im selben System fest, wird aber zum Boomern, weil das einfacher ist, als anzuerkennen, dass das gesamte System so kaputt ist, dass wir uns da nicht einfach rausziehen können. Dafür bräuchte es nämlich einen großen Umbruch und unsere gesamte Welt müsste neu gedacht werden. Und dann hasst du den Supermarktmitarbeiter und er fängt an, dich zu hassen. Keiner von euch fühlt sich danach wirklich zufriedener, aber ihr kommt immer wieder darauf zurück, euch gegenseitig Vorwürfe zu machen. Und die Welt dreht sich weiter wie bisher. Es ist nicht alles furchtbar. Es gibt viele Wege, ein zufriedener Mensch zu sein. Ich bin nicht depressiv und ich möchte auch nicht, dass wir uns einfach alle dem Schicksal hingeben. Es geht mir hier wirklich konkret darum, dass es heutzutage überraschend schwer ist, Hoffnung zu haben. Ich kann darauf hoffen, dass meine persönliche Situation nächstes Jahr ein bisschen besser ist als dieses Jahr. Aber daran, dass es der Welt dann auch besser geht, glaube ich nicht. Denn über meine persönliche Situation habe ich noch recht viel Kontrolle, über das System, in dem wir leben, eher nicht. Und darüber sollte man nicht nur sprechen dürfen, ich glaube, man muss sogar darüber sprechen. Denn wenn man einmal an dem Punkt angekommen ist, an dem man das gesamte System als krank verstanden hat, gibt es kein Zurück mehr. Man vergisst nicht plötzlich, was man weiß. Und während sich einige radikalisieren oder doch wieder dahin zurückkommen, einer speziellen Menschengruppe die gesamte Schuld zuzuschieben, bleiben einige von uns auch einfach zurück. Mit diesem Gefühl, dass alles besser sein könnte, wenn nicht sogar besser sein müsste. Doch wir verschwenden als Menschheit unser Potenzial. Weltschmerz ist der Begriff, den man hier nutzen kann. Weltschmerz soll das Gefühl einfangen, das wir wegen unserer eigenen Unzulänglichkeit und der Unzulänglichkeit der Welt spüren. Nur du kannst wissen, wie du mit der Welt und dir selbst umgehen willst. Vielleicht musst du aktiv werden, obwohl du schon weißt, dass du die Welt und Menschheit nicht retten wirst. Oder aber du kümmerst dich nur um deine Liebsten. Oder du schaust nicht mehr in die Zukunft, sondern genießt nur noch den Moment. Leider ertragen viele die Welt nur noch mit Betäubung, durch Alkohol, billige Unterhaltung oder Konsum. Ich persönlich spreche einfach darüber, was ich beobachte. Hier, aber auch mit den Menschen in meinem Leben. Ja, das hilft schon. Anstatt mit einem diffusen Gefühl schwanger durch die Gegend zu laufen, ordnet man seine Gedanken, holt Input und schaut, was man selbst verändern kann. Philosophie kann auch helfen. Denn einiges von dem, was ich hier beschreibe, ist auch schon vor tausenden von Jahren passiert. Minimalismus hilft mir persönlich, das Chaos zu reduzieren. Zeit in der Natur beruhigt auch enorm. Ich versuche im Alltag keine Arschgeige zu sein und ich zügle mein Temperament, wenn es um direkte Interaktion geht. Und etwas, worüber ich vielleicht demnächst mal sprechen werde. Ich übe mich in Dankbarkeit. Für eine gute Mahlzeit, eine freie Nase, einen schönen Sonnenuntergang oder einen tollen Song. Aber nichts davon lässt das Gefühl verschwinden, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube auch nicht, dass ich versuchen sollte, davor wegzulaufen oder es mir schönzureden. Dann trage ich es eben in meinem Unterbewusstsein mit mir herum. Und was so ein unterdrücktes Gefühl für giftige Ableger produzieren kann, das will ich lieber nicht an mir selbst herausfinden. Denn sonst fange ich noch an, Supermarktmitarbeitern zu erzählen, sie wären schuld an den hohen Preisen und eigentlich an allem, was falsch läuft. Das ist mal wieder so ein Denkanstoß-Video wie das Video zu Brain Rot oder auch Ist es schlimm, ein Einzelgänger zu sein. Und möglicherweise ruft das Thema starke Emotionen bei dir hervor. Bitte teil deine Gedanken und wie du mit all dem umgehst, aber bleib auch vernünftig. Es verirren sich immer mal wieder Menschen hierher, die genau das machen, was ich in dem Video beschrieben habe. Sie finden einen Bösewicht und glauben dann, die Antwort auf alles zu kennen. Das kann ich zwar niemandem verbieten, aber das sind eben auch nicht die Diskussionen, die ich hier anstoßen möchte.